Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns eine Challenge ausgedacht und zwar ein Geschmackstest-Challenge. Um diese Challenge geht das und zwar haben meine Schwester und meine Mutter Sachen vorbereitet, die ich und Hila essen werden. Und wer als erstes mit der Hand auf den Tisch klopft oder so, der muss sagen, was es ist und wer gewinnt, bekommt einen Punkt. Wer verliert, bekommt einen Punktabzug. Wer verloren hat, muss Müll rausbringen, den ganzen Müll. Und wer gewinnt, bekommt alles. Und jetzt holen wir die leckeren Dinge. Hallo. Ja, warte. Mach den bisschen schneller. Ja. Warte ganz kurz. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Das ist nur die Kamera. Ja? Damit sie es wissen. Ja. Und jetzt geht's. Okay. Ich hab Angst. Ach. Ich hab Angst. Ach. Ich hab Angst. Ach. Ich hab Angst. Ach. Ach. Was ist? Oh mein Gott. Ehm mit der Augen. Ja. Was war da drinnen? Oh! Ich habe gewusst, dass ich gewinne. Ich habe gewusst, dass ich gewusst habe. 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 Bereit? Bereit? Ah! Für dich! Für dich! Ja! Ein Punkt! Ein Punkt für Hila! Zwei Punkte für Hila! Ein Punkt für Raffi! Es steht jetzt 2 zu 1. Hila hat zwei Punkte, ich habe immer noch einen Punkt. Hoffen wir, dass ich nicht verliere. Da haben wir auch schnell in meinen Mund. Machen wir bitte schnell in den Mund. Ja, okay, mache ich. Hila! Du darfst nicht fließen. Hila und der Heim ist gleichzeitig. Machen wir dann. Wir müssen nur noch die Kamera zeigen. Warte! Wir zeigen es bei der Kamera. Jetzt sind wir fertig. Mh, lecker! Ey, woher weißt du das? Ich denke mir sollte... Machen wir rein! Ach, zwei, eins! Ach, zwei, eins! Ach, zwei, eins! Putten! 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 Was? 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 Putten! Was? Richtig! Eww! Waaah! Das ist widerlich! Man kann mein Herz mit Putten nicht kaputt machen. Ich glaube, du kannst es sehen! Ja! Putten liegt mir am Herz! Eww! Nicht Putin! Putten! Widerlich! Gut! Wir haben das Gefühl, dass Hila unter dieser Bandana was sehen kann. Bandana! Nee! Sie hat vorhin Putten mit Zimt gewusst... Ich hab dreißen, stimmt's? Ja! 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 Du hast immer Glück! Hoff, freu dich nicht zu früh! Das kann immer noch anders sein! Ja, ne? Es kommt! Huch! Wir sind da! Ja! Ich möchte dich nicht erwarten! Das ist eins! Passion Fruit! Maracuja! Ich hab zuerst gesagt, ich hab Passion Fruit gesagt! Nein! Passion Fruit, aber das ist Maracuja! Passion Fruit bedeutet Maracuja auf Englisch! Das ist Maracuja! Nein! Ich hab den Punkt! Ja, okay! Rutschi! Nein, Hila, ich hab den Punkt! Sei jetzt mal ein bisschen großzügig! 2 zu 3! Sei großzügig! Du hast drei Punkte! 2 zu 3! Ja! Ich hab den Punkt gemacht, dass jeder einen Punkt bekommt! Also gleich! Sie hat zwei Punkte bekommen! Ich hab vier Punkte gewonnen! Ist so! Ich gewinne immer! Ja! Ja! Nächste Runde! Musik Hallo, hier ist der Kenne. Wir zeigen es, die Kamera. Mila hat doch Schubenerin. Was macht ihr? Vielleicht kommt das neue Dachshalte an. Oh. Ich habe eine Dilemy-Vitagie. Ich habe eine Dilemy-Vitagie. Okay, Rahi war zuerst. Rahi war zuerst. Komm, dann haben wir den Ton. Rahi war zuerst. Oh mein Gott. Ja Rahi war immer zuerst mit ein bisschen... Ich habe gehört, dass Hila leise gesagt hat, Jalebi mit Jacqueline. Jacqueline hatte ich schon deine Aussprache. Wir haben es so gemacht, dass ich vier Punkte habe, noch immer auf dem gleichen Stand bin. Und Rahel einen Punkt mehr bekommen hat, weil sie es schneller gesagt hat. Und Aydan behauptet, dass sie es nur gesagt hat. Und Rahel sagte, ich habe es ganz leise gesagt. Also habe ich mir halt so gemacht, dass Rahel einen Punkt bekommen. Ich mache mich nervös. Ich habe Angst. Drei, zwei, eins. Diese Nüsse, diese Kalschüsse. Die Kalschüsse gleichzeitig. Gleichzeitig. Ich hatte diesen Punkt bekommen. Ich habe zuerst getroffen und habe gesagt Nüsse, diese Kalschüsse. Ich habe zuerst gesagt. Gleichzeitig. Der Punkt ist von mir. Gleichzeitig. Wir waren Nüsse, Erdnüsse. Wir sind vier zu vier. Wir sind vier zu vier. Wir sind vier zu vier. Nein. Wir warten gerne alle beide. Das Demokratie macht den Land. Diesmal haben wir beide einen Punkt bekommen. Und wie ihr seht, bin ich in der Führung. Arbeit niemanden bewe aime. Ich freue mich über mich aber возможный. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich um. Also, drei, zwei, eins. Nacho, Nacho, Nacho und Joghurt. Okay, dann. Hila hat, Hila hat. Mama, geil. Hila hat. Die hat schnell reingetan. Sie hat lange gewartet. Wir haben gleichzeitig Punkte bekommen. Ja, ich glaube, auch die Seite. Ja, okay. Ich möchte nicht. Das ist ziemlich gut. Okay. Noch nicht. Drei, zwei, eins. Zumatze! Ich habe zuerst gesagt. Richtig gefühlt. Ich habe einen Punkt. Sie hat die ganze Tomaten. Warte, 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 warte. So, nicht. Das fällt. Also, drei, zwei, eins. Ingoire. 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 Rai hat, Rai hat gefühlt. Hila hat gefühlt. Wow. Aber es schmeckt geil. Vielleicht Ingoire. Es heißt Ingoire. Wird man, wird man. Aber es ist gar nicht scharf. Hätte ich nicht erwartet. Ich schmecke hierher, bis als ich es lieber nicht mehr isse. Ich führe, ich führe. Drei, drei, zwei, eins. Die Runde. Drei, drei, drei. Drei hat es gesagt. Drei hat es zuerst gesagt. Das heißt 8 zu 8. Wir sind jetzt unentschieden. Das ist, glaube ich, die letzte Runde. Wenn wir diesmal gleichzeitig waren, gibt es noch eine letzte Runde. Und ich hoffe und ich bitte an Gott, dass ich gewinne. Ich möchte nicht, dass wir ganz alleine bringen. Elbamita, Isra, du schienabachter, der Haiexel, ein bisschen. Also, seid ihr bereit? Ja. 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 Oh, ich hab nie mit Blitzen. Isolette mit Blitzen und Kurkuma? Ich glaube, ich habe es gesagt, Lida. Ich habe gewonnen. Isolette. Isolette. Leute, wisst ihr, warum ich das gewusst habe? Weil ich bin mal ins Abstandszimmer gegangen. Und da war eine ganze Küste voll. Ich habe dann so ein bisschen probiert. Und deswegen habe ich das Geschmack noch im Mund. Wir haben beide gleichzeitig. Ja. Doch, gleichzeitig. Gleichzeitig. Nein. Gleichzeitig. Sie hat Chak nie gesagt. Sie hat Chak nie gesagt. Ja, aber trotzdem. Egal. Das ist nicht Chak nie gesagt. Wir haben entschieden, dass wir beide den Müll was bringen, weil wir beide gleichzeitig die Antwort gegeben haben. Die eine hat das falsch gesagt. Die andere hat das falsch gesagt. Deshalb bringen wir auch beide den Müll raus und essen beide eins. Ego, hast die andere und du hast den anderen Sack auch noch vergessen. Die Schkorn hier. Oh, bitte. Genau. Wir haben so Glück, dass wir nicht gemacht haben. Zum Glück haben wir die Sekunden zu kapieren. Nicht das verdammt, wenn du hast. Ich habe so viel Spaß gemacht. Das ist gut. Die Atem. Ein Tipp, wenn ihr Rest mir rausbringen möchtet, haltet euer Atem an. Wow! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020